Moin Leute, Willkommen heute zu einer weiteren Folge zu OMSI 2 der Omnibus Simulator oder wie wir es heute nennen, der S-Bahn Simulator und da befinden wir uns natürlich seit langer Zeit wie auf Nitrofoler Ruhr mit dem, ja, S-Bahn von Klappek und fahren die S9 nach nach Essen ja schüttelt ja leider nichts, aber da oben steht der Jaffe, ah doch nicht, jetzt gut und natürlich im Schnee, weil heute ist natürlich ein besonderer Tag so, dann fahren wir schon mal dahin wartet wir wollen ja nicht, dass es so lang ist da zum ersten Halt weiter an der See schön da sind schon viele Menschen hier genau alles Was ist das? Sind alle auch eingestiegen? Nö Natürlich reden die alle mit mir, es liegt halt an um sie Nee, man kann Gewichtsscheiter nicht Warte So Wir haben noch drei Minuten eigentlich, aber das können wir ja alles vorspulen hier Nix Gut Dann können wir jetzt losfahren, aber erstmal müssen wir uns noch was durchlesen hier In Erinnerung an die Flugzeugopfer des Germanwingsfluges 4U9525 Wo 16 Schüler aus der Stadt Haltern am See ihr Tod gefunden haben Um sie mit Clubback sind Ja Das startet alles noch aus der Freeway-Version Ich glaube Clubback V5 oder so So Aber wir wollen ja nicht viel Zeit verlieren Irgendwann mal los Und fahren wir mal los Ich muss mir auch wieder hier alles einfinden Erst wieder einfinden hier Um wieder Videos zu machen, seit langer Zeit So, ich muss selber weiterschalten Ja Nicht verharrt Warte mal Ja, das sieht an der Bahn. Vollkommens war nicht die Straßenrand, sondern die schöne Landschaft. Das ist perfekt. Spanier 100 kmh. Die Bahn-Market natürlich. Die Bahn-Omnesie, weil eigentlich ein Omnibus-Monitor ist und kein Schuh. Oder wie man heute es nennen kann, S-Bahn-Simonator. Ich finde das Modell echt von außen ganz schick. Also wirklich. Von innen? Ja. Klar. So schick ist das nicht. Aber es ist ja auch nur... Es war ja auch ein Beta-Modell. Ich weiß ja nicht. Leider. Aber trotzdem. Sieht dann schick aus. Ich mag hier so schnell. Und sie geht natürlich mal ab. Das war natürlich die Folge heute ein bisschen länger. Ich könnte euch natürlich ein bisschen verhandeln. Ich könnte noch zuerst ein bisschen was zu kriegen machen. Ich muss natürlich nicht alles vor dem. So, was kann ich denn so erzählen? Ja. So, ich kann wieder aus dem D. Warum kann ich denn hier so landen? So, ich kann wieder aus dem D. Warum kann ich denn hier so landen? So, ich kann wieder aus dem D. So. 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 jetzt. Genau, ein bisschen zu weit, aber... wurde nichtaus. Naja, dann geht es weiter. Seitdem, seit zwei Monaten tatsächlich, das ist schon sehr lange her. Erstmal, nächster Abend sagen, was ist mit mir? Nächster Abend, Bahnhof und Alt. Hätte ich ja besser ansagen können, was mir ist egal. Vor uns seit zwei Monaten natürlich, wenn es gab, mag ja Zeit. Wenn man leider keine Zeit hat, dafür hart. Wenn man leider dafür keine Zeit hat, für weniger Freizeit, dann kann man halt leider auch nichts machen. Ich habe da eigentlich gesagt, warum sie das da gibt, ne? Mein Banner, Kanalbanner, zeigt er auch an. Ist da leider noch Sonntagwannes rausgekommen? Ähm, ist da leider nicht so gewesen. Aber ich wollte irgendwie viel Freude was rauskriegen, zum Weihnachten, zum Heiligabend und zum Besseren. Habe ich mir überlegt, was können wir so fahren? Und dann dachte ich, ja, schön S-Bahn. Habe ich wollte auf Bremenfahrt ein Weihnachtshatel fahren, aber... Kann ich ums nicht. Hier ist anscheinend ein... wie nennt man das nochmal? Abgelegter Bahnhof? Der nicht mehr im Betrieb ist. Ein verlassener Bahnhof vielleicht? Für das. Ich weiß nicht, wie beides noch ist so ein 8%. Wieso? Wie geht das nach? Ich glaube, die Einde. Und ich wollte eigentlich auch auf Bad Hügelstorf ein Weihnachtskattel fahren, die sind so pflichtig schlussend hier. Da ist ein top 9er Bus in Moselwijk. Hier haben wir den top modernen Bus 27, finde ich nicht. Top moderne Bus im Ruhrgebiet. Malmitte, könnte man. Malerstern. Wo ja auch schön Stau ist. Und mit der Spielbahn, die man toll versteckt hat. S9, 4 Minuten. Ja, das sind wir. Obertal eigentlich. Aber ja, so weit können wir leider nicht fahren. Ja. Die Spielbahn sind auch, glaube ich, schon mal gefahren. Oder doch nicht. Ich weiß es gar nicht mehr so ganz. Und das festische Center. Und tolle Häuser. Ja. Niemand will mit, niemand raus anscheinend. Das machen wir auch weiter. Und weiter. Jetzt. So. So. Nächster Halt. Bano. Gelsenkirchen Hassler. Oder Gelsenkirchen Hassler Bano. Ja genau. Ja genau. Das geht erstmal hier wieder richtig viel Gärts. Aber zwar wenn wir die Verflugung abgefahren haben. Wollen wir Licht anpassen? Ja. Ja. Schade. Wie das dann halt aufgefahren ist. Und dann kann er noch mehr? Was war das denn? Hä? So, zum heute zum ersten Mal die Endbahn. Das ist ja auch eigentlich kein Konzept, der bei Kommen so gut geliebt hat, eben so mal mehr da. Ich hab's so gemacht wie Florian Karl. Also ich wollte euch das nicht, ich hab's zwar bei ihm gesehen, aber ich hab jetzt nicht gedacht, er ist einfach verreißen. Aber einfach nur, weil ich selber Bock drauf hatte, und nicht auf den Straßen verreißen. Ich hab's auch eigentlich in der Gegenrichtung, in der Gegenrichtung, aber ich hab's leider ganz gut. Deshalb fahren wir auch in die selbe Richtung. und ich hab's nicht mehr치는 können. Dann denke ich, das da alles zu sehen, ist eigentlich wieder ein Konzept. Ne, ich hab da viel Glück drauf. Und dann bin ich ja auch einmal perfekt gefahren, jetzt wäre ein 90er, obwohl ich sicher dass ich das Spiel nicht hatte. Das war echt die Hölle. Erstmal muss ich was Schönes zu trinken können. Erstmal fährt Süssal rein. Ich komme auf die Hölle. Erstmal fährt Süssal rein. Ich bin wieder zu schnell. Naja, dann gucken wir uns noch mal was er an hier. Ich hoffe, dass ich mich in der falschen Richtung jetzt. Ja, bin ich. Was haben wir hier? Eger Straße. 211, SCV. Ja, es gibt noch eine SCV hier. Jo. Und dann warten. Jo. Gut, anscheinend können wir weiterfahren. Immer wieder auf und dann rein. Hallo? Hallo? Ah, jetzt. Ich glaube, das sollte man gerade nicht gesehen haben. Gut, weiter geht's. Auf dem Weg nach Essen. Hopp. Ich glaube, das wird jetzt nicht mehr so weit sein. Die liebste Hand. Ich gehe sonst nicht vor. Die Nordbahn. Bisher werde ich mal nicht so schnell fahren können. Wir bleiben auf 7.74 km. Ja, naja. Also mehr als Gaspreisen kannst du eigentlich auch nicht machen. Das kannst du auch machen. Das würde ich gerne machen. Ja. 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 Ich bin da schon mal los. Ich bin da schon mal los. Ich bin da draußen. 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 Mal Mittelfahrt, glaube ich. Aber mal weiter. Wir haben zurück, hier wieder. Zurück wieder. Und da wo ich perfekt anhalte, steht nur eine Person. Und da wo ich perfekt anhalte, steht nur eine Person. Was mache ich denn? Hm. Gebrauchtwagen. Spannender. Ja, hier ist Gelsenkirchenburg. Ich glaube, da geht's auf den... Nee, warte. Da geht's Richtung Gelsenkirchenburger Rathaus. Ja. Warte geht's. Ja. 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 Das ist auch ein abgelegter Bahnhof. Ich bin ja auch nicht so ein großer EZ-Bahn-Fan oder Zug-Fan, naja, nicht Fan, aber trotzdem macht es so viel Spaß. Nicht auf der Straße, sondern auf den Schienen, soll ich jetzt sein. Das ist immer noch ein paar Jahre später. Also fast sechs Stunden später. Das ist auch ein Zeug. Aber wenn wir bei denen die Gestaltung fahren, dann fahren wir nach denen. Aber hier ist es auch. Und das ist das Hammer passiert. Was ist jetzt zu sehen? Na, der hier bitte heute noch nicht den Kanal. Wie denn hier kommt es an? ich kann nicht da oben was das ist sehr Ich habe dann Zeit, Angst vorbeizufahren, bis er freigefährt, war ich jetzt nicht zu schnell. Ich muss schon wieder an einer Reihestelle vorbeifahren. Ich habe die Reihestelle vorbeifahren. Ich habe die Reihestelle. Ja, doch. Ich weiß auch nicht, was die Reihestelle hier bedeuten. Reihestelle. Ja, das kennt man hier. Schön ausgeleuchtet. Ich habe die Reihestelle vorbeifahren. Vielleicht fahren wir auch mal den Schienenersatz. Vielleicht zu Silvester. Ja. Einsteigen dann scheint niemand mehr. Ja. 8 Minuten. Ja, stimmt. RBR 14. Hier ist der Gladbach-Westbahnhof-Vorplatz, wo die Taxibere sind jetzt 256 lang. Ja. Genau. Machen wir mal hier. Vorsch wollen wir mal hier. Ja. Komm. So. Los geht's. Ayiii. Bei mir ist der probably diese Ort putzen. Ich wollte fahren, sie haben Umstrengung der Ecke auf den Stadtmusilienz 560, 288 und 266. Ich habe mich auch so gemäßt. Ich habe mich auch so gemäßt. Wo ist man ja auch da? Wo ist man ja auch da? Sollte es hier. Sollte es auch ein Rando. Sollte es auch noch ein Rando. Was ist das? Autobahn? Jo, Autobahn. Was ist das hier? Genau. Soll ich in der Jacht bedauern? Die hat sich schon so gut gemacht. Die ersten Arme aufzunehmen. Was ich mir ergeben. Das ist ein bisschen schwierig. Das ist ein bisschen schwierig. Das ist ein bisschen schwierig. Ich habe das Problem. Ich habe das Problem. Das ist ein schöner Fahrtor, wo ist die Mühle? Da hatte ich natürlich recht, ne? 260, 266, 265. Natürlich hatte ich andere. Aber ich sehe hier tatsächlich noch gar keinen Urbus. Die streiken wahrscheinlich. Naja, weiter geht's. Warte, vorstelle ein bisschen hier die Zeit. Jetzt ein Bus da? Nö. Gut, weiter geht's. Oh, hier sind eben Perspektiven. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin sehr dankbar. auf den Anabas Fahne 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 Das ist ein bisschen hier. Ich glaube, dass ich die Strecke von Sonnen bin. Ich komme auf die Pfanne hier. Ja, da ist jetzt der 6216er schon. Die ist glaube ich immer noch in die Baisons. Aber da ist aber das auch nicht so. We are right here. Jetzt hier ist es noch hingesetzt. So. Oh, no. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Es scheint einfach nicht so weit von hier entfernt zu sein. Es ist einfach nicht so weit von hier entfernt zu sein. Es ist einfach nicht so weit von hier entfernt zu sein. Es ist einfach nicht so weit von hier entfernt zu sein. Es ist einfach nicht so weit von hier entfernt zu sein. Es ist einfach nicht so weit von hier entfernt zu sein. Es ist einfach nicht so weit von hier entfernt zu sein. Es ist einfach nicht so weit von hier entfernt zu sein. Es ist einfach nicht so weit von hier entfernt zu sein. Es ist einfach nicht so weit von hier entfernt zu sein. Es ist einfach nicht so weit von hier entfernt zu sein. Es ist einfach nicht so weit von hier entfernt zu sein. Es ist einfach nicht so weit von hier entfernt zu sein. Es ist einfach nicht so weit von hier entfernt zu sein. Es ist einfach nicht so weit von hier entfernt zu sein. Es ist einfach nicht so weit von hier entfernt zu sein. Es ist einfach nicht so weit von hier entfernt zu sein. Es ist einfach nicht so weit entfernt zu sein. Es ist einfach nicht so weit entfernt zu sein. Es ist einfach nicht so weit entfernt zu sein. Es ist einfach nicht so weit entfernt zu sein. Tiefere Halt, Essen, Vor, Becken, Fahrt, Becken Was anscheinend auch nicht weiß, wie das Ganze ist Was anscheinend auch nicht weiß, wie das Ganze ist Was anscheinend ist Das war's für heute. So, das hol ich mir gleich mal an. So, ich steige jetzt zum Beispiel aus. Und hier auch sogar runter. Ja, kann jetzt nicht so verfahren. Ja, und dann bin ich tatsächlich hier unten. So, Bahnhof. Sehr interessant, muss ich sagen. Ich kritisier's auch nicht, weil das eigentlich Beta-Stadium ist. Und von der Freeware. Das hat nichts mit der Payware-Version, ja. Deshalb, ja. Ach so. Nein, 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 nein. So, jetzt die andere Bahn. Die andere Seite ist auch nicht hier. Kann passen. Das ist da heiß. fortuneگers sind. Ach so, andere Seite S. Wo backen müssen dich offen. Kaffee So, so, so. Das hat auch keine Sextur. Und traurig, dass sie nicht mehr da einsteigen. Ich bin ja noch mal ein, ja. Bei der Schein kann man den Schein auch nicht. Ja, da sind wir. Dann gucken wir uns mal die Umgebung an. Nichts Besonderes. So, dann gehen wir weiter. Ja, es wird so viel. So, dann gehen wir weiter. Nüster Halt... Ein paar Essen, die Besten machen. Ja, Essen, Besten machen. Und es ist jetzt besser. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das ist der Schangler. Wo ist die Schnau? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ja. Hm? Einmal sein, was er? hier haben wir gerne noch den Hauptmannen und ein Zug ist da Es ist noch ein Ja Was? Zu Angekommen Ruppertal, um sie zwei Sommer 2018 Jo Achso, hier unten Achja, das kennen wir ja hier Vom SP-16er Schild auch hier? Nö Ja Jo, dann haben wir es tatsächlich geschafft heute Mit den tollen Menschen Genau So Dann war es das heute mit dem Weihnachtsspecial, eigentlich Weihnachtssvideo besser gesagt Ich hoffe es hat euch gefahren ein bisschen mit der Glaubberger S-Bahn hier oben zu fahren Ist mal was anderes gewesen Ich wünsche euch noch schöne Weihnachtstage Und frohe Weihnachten Natürlich auch Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Machs gut und Ciao, ciao 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 Ciao